so moin leute herzlich willkommen zu einem neuen motorvlog heute einfach mal ein spannender abend am akw ich wollte einfach mal ein bisschen wheelies üben ich kann euch aber ein bisschen mal ich hab noch gar keinen motorvlog gemacht mit wheelies ehrlich gesagt ich hab noch mal diese zusammenstätte jetzt gezeigt also ich kann euch mal kurz meinen aktuellen stand zeigen eigentlich der sieht wie folgt aus ich kann noch kurz die kamera ein bisschen das habe ich irgendwo drauf gedrückt das wollte ich nicht also aktuell der stand sieht so aus zweite gang so durch das ist so aktuell ich wollte mich vielleicht heute mal trauen einfach mal hoch zu schalten aber das ist so eine sache für sich ja ich trau mich nicht so das einfach mal zu machen jetzt kommt ein auto ja ich hab jetzt auch mal vom lieben patrick danke noch mal dich patrick wenn du das video siehst mir die nur andere sitzbank abgeholt ausgeliehen natürlich nur die kriegst du natürlich wieder mein freud ausgeborgt die ist deutlich geiler also ich hab vorher diese originale gehabt und für wheelies ist die viel geiler weil die einfach so ich rutsche einfach gar nicht das ist viel geiler man genau danke dafür und ja jetzt kann es mal richtig losgehen und lieber tim ja ich versuche jetzt meine 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 finger meinen finger immer an der kupplung zu lassen ich hoffe das gelingt mir jetzt mal manchmal denke ich da nicht drüber nach und dann vergesse ich es halt einfach ja einfach mal dritten zu schalten das wäre es mal das müsste man sich mal trauen ich muss erst mal hinkriegen mein fuß hier überhaupt da vorne hin zu kriegen das wäre es ja schon mal ja aber alles alles langsam angehen lassen ich will mich nicht aufs maul legen auf jeden fall das hat oberste priorität und ja vielleicht kommt der lukas auch gleich noch vorbei dann können wir noch mal ein paar richtig geile wheelies aufnehmen und die karre verliert auch wieder öl das ist auch schon wieder so eine sache ich weiß nicht woran das jetzt liegen kann können wir hilfe in die kommentare schreiben wenn er dann die idee hat aber das kommt entweder muss ich die schrauben mal nachziehen oder so aber es kommt da tropft immer ich glaube hier oder es muss halt wieder kommen wieder vom ritzel raus das hatte ja schon alles hat ja schon mal gewechselt ja es ist scheiße nervt immer weil dann tropft die scheiße immer und ist halt einfach kacke wenn die karre öl für so ein motorrad was soll ich jetzt sagen wenn ich so aufgeregt habe ich vergessen ne auf jeden fall mit dem öl das ist halt doof warum machst du das schätzchen warum machst du das genau es ist auch so warm alter und ich idiot ziehe mir komplett meine lederkombination aber was willst du machen beim wheelies immer schön schön kleidung anziehen obwohl ich habe das letzte auch nicht wirklich beherzigt äh ich bin auch immer mit jeans gefahren und ja genau so ist das so ist das leben ne so ist das leben nicht ey nur wenn du eine scheiß los kann oder eine katte m kaufst das sind immer probleme 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 obwohl bei mir hält sich das noch in grenzen bei manchen whatsapp gruppen da ja da sträubt einem dann was man was man diese probleme haben mit den dingern habe ich noch relativ wenig nun hier haben wir am akw ist super viel publikum mittlerweile ich weiß auch nicht warum was sie hier machen wie die herkommen woher die das wissen was sie das ist aber es scheint irgendwelche leute aus haben zu sein mit ihren autos ein älterer kompagnon ist da auch könnten sein motorrad da aber keine ahnung was er da macht die sitzen dann einfach nur auf ihren campingstühlen und feiern ihr leben ab und ich komme ein bisschen dumpfer wenn ich jetzt die packe alter geht das ist ja da der mir helfen kann aber das wäre immer so ultra peinlich naja ich lege mich einfach nicht aufs maul ganz einfach ich mach das nicht ich werde der erste sein der schafft wheelies zu lernen ohne sich auf die fresse zu legen ich sag's euch ich werde das schaffen ich werde das schaffen sobald ich immer ticken herkommen habe ich so schiss glaubt ihr gar nicht direkt so ein kackstift in meine buchse so ein kackstift lukas es reicht doch wohl wenn ich da bin oder reicht es nicht für dich reicht es nicht ne da sind irgendwelche anderen leute keine ahnung mit autos die kenne ich nicht ich fahre die ganze zeit alleine und die karte wird so fast verheiß hier ist auch ein richtig richtig geiler sonnenuntergang und ich habe gerade so eine geile idee ich nehme gleich meine gopro in die hand du musst neben mir wheelie und dann gegen den sonnenuntergang weißt du sieht bestimmt ultra geil aus ich hab grad ultra geile laune macht richtig bock gerade ne ohne scheiß ok geil ich freue mich bis gleich grade tier 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 heute haben bilder gemacht sie war schön total ich habe meine kamera heute nicht mit wir sind ärgerlich das ist schon ein sonnenuntergang ist er ja mag ja läuft die gopro noch naja wir warten bis lukas kommt und ja wir sehen uns gleich wieder bis gleich tschüss weiter